Der neue Löwe Iconic. Eine Skulptur für ihre Sinne, ein Meisterstück der Fernsehtechnik, ein Jahrhundert deutscher Ingenieurskunst. Die Philosophie von Löwe steht für nachhaltige, langlebige, individuelle und modular aufgebaute Systeme aus Bild, Ton und Aufstellungslösungen mit dem höchsten Anspruch an Qualität, Design und Technik. Made in Germany. Der neue Löwe Iconic unterstreicht diesen Ansatz in jedem Detail und in Perfektion. Er ist ein einzigartiges All-in-One Entertainment-Produkt mit 360 Grad Design, ausgesuchten Materialien und neuester Technik, welches individuell konfigurierbar und jederzeit modular erweiterbar ist. Der Löwe Iconic ist gestaltet und entwickelt von unseren Designern und Ingenieuren und produziert in unserer Manufaktur am Stammsitz von Löwe in Kronach im Norden Bayerns. Der Löwe Iconic formt in seiner Ganzheit eine bodenstehende Skulptur mit ruhigen, klaren und zeitlosen Formen, aufbauend auf einem soliden Korpus aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff. Schwer, robust und kühl wie Stein und aufwendig mit einer speziellen Lackierung in der exklusiven Löwe-Systemfarbe Graphite Grey veredelt. Die alles integrierende Aufstelllösung besteht aus dem Steinkomposit Synostone und wird in enger Kooperation von einem spezialisierten regionalen Partner handgefertigt. Synostone basiert auf einem in Epoxidharz eingebetteten Steingranulat und wird in mehreren komplexen Prozessschritten in seine unverwechselbare Form gebracht. Um Ressourcen zu schonen, verwenden wir hierbei Material wieder. Das Ergebnis ist ein glattes, hartes, langlebiges und beständiges Fundament für den Löwe Iconic. Viele weitere Details, wie das typische Löwe Signature Flag aus Metall, der markenprägende Löwe Signature Ring, welcher wie ein Auge in der Mitte unter dem Display sitzt und unaufdringlich mit einer feinen, mehrfarbigen LED-Linie über den Betriebsstatus informiert. Unterhalb des Panels und auf der Rückseite werden hinter einem speziellen Akustikstoff die Soundbar und die Anschlüsse elegant verdeckt. Dieser Akustikstoff, der aus zwei unterschiedlich farbigen Fäden gewoben wird und dadurch eine lebendige Plastizität erzeugt, rundet die Vorder- und Rückansicht harmonisch zu einem ausgesuchten 360-Grad-Design ab. Freuen Sie sich auch auf weitere Editionen in besonderem Finish, z.B. auf eine Farbvariante in Pure White, die außergewöhnliche Design Statements erschaffen. Der Löwe Iconic basiert auf modernster Technik und steht mit verschiedenen Optionen zur Wahl. Die neuesten Ultra HD OLED Panels für perfekte Farben und Schwarzwerte unterstützen unter anderem alle gängigen HDR und Dolby Vision Formate. Alle Parameter werden bei Löwe im Werk individuell für eine punktgenaue Farbwiedergabe kalibriert. Zusammen mit über Jahrzehnte im Labor optimierten Algorithmen sorgt dies für natürliche und harmonische Bilder für das beeindruckendste Seherlebnis in Ihrem Wohnzimmer. Es gibt den Löwe Iconic wahlweise im kompakten 55-Zoll-Format oder in der imposanten 65-Zoll-Größe. Dabei ist der Löwe Iconic immer mit dem einzigartigen Löwe DR Plus System inklusive einer integrierten 1TB großen Festplatte ausgestattet. Für spontane oder programmierte Aufnahmen von Sendungen und für Timeshift zum zeitversetzten Fernsehen mit der Pausetaste. Darauf aufbauend stehen je nach Präferenz zwei verschiedene von Löwe entwickelte Elektronikplattformen zur Wahl. Entweder auf Basis des bewährten klassischen Löwe Chassis SL5, als perfekter DVB-Fernseher unter anderem mit Easy-TV-Mode für einfachste Bedienung, Dual-Channel-System, 2CI Plus zum Empfang verschlüsselter Sender und der Möglichkeit zeitgleich und parallel Sendungen anzusehen und aufzuzeichnen. Dazu bietet er ein bewährt, komfortables und übersichtliches Bedienkonzept. Die ausgeklügelte MIMI Sound Personalisation sorgt für optimierte Sprachverständlichkeit, individuell auf das jeweilige Hörvermögen angepasst. Oder auf Basis des neuesten und modernsten Löwe Chassis SL7. Als super schneller und smarter TV zum Schauen, Streamen und Surfen mit Dreifach-Tuner, HDMI 2.1 und eARG zum Anschluss von weiterem Multimedia-Equipment. Mit einem Tastendruck steht eine Vielzahl an nativ integrierten Apps wie YouTube, Netflix, Disney Plus etc. zur Verfügung, die stets erweitert, aktualisiert und up-to-date gehalten werden. Umfangreiche Mediatheken, Service- und Inhalteanbieter öffnen das Tor zu abwechslungsreichen Entertainment aus der Welt des Streamings. All das mit einem State-of-the-Art Bediensystem, mit einer stylischen Bluetooth-Fernbedienung, ausgezeichnet mit dem IF Design Award 2021, mit einer hochwertigen Aluminium-Oberfläche, aktivierbarer Sprachsteuerung wie zum Beispiel Alexa und beleuchtbaren Tasten. Der Löwe Iconic strahlt Ruhe und Kraft aus. Dabei verfügt er über eine unsichtbar integrierte, aktive Soundbar mit 360 Watt Musikgesamtleistung für eine faszinierend dynamische Soundvorstellung. Die technisch aufwendige Soundbar bietet ein echtes 3.1 Mehrkanalsystem mit dediziertem Center, sieben Front-Firing-Treibern und zwei integrierten Subwoofern. Für eine breite Stereobühne, perfekte Ortung und Sprachverständlichkeit sowie ein erstaunlich tiefes Bassfundament. Dabei unterstützt sie alle wichtigen Formate von Dolby Atmos für Heimkinoerlebnis, DTS-Play-Fi für Multiroom-Anwendungen, Bluetooth für spontanes und direktes Streaming vom Smartphone, eARC für erweiterte Audioformate und dem Löwe Wireless Digital Audio Link 2.0 System zur Anbindung auch früherer Löwe-Lautsprecher. Einzigartig ist auch der integrierte AV-Receiver mit 5.1 Vorverstärkerausgang und klassischen Chinch-Buchsen zur Ansteuerung externer Aktiv-Lautsprecher oder separater Endstufen, zum Beispiel in einem größeren Heimkino-Setup mit bereits vorhandenem hochwertigem Equipment, welches in das neue Entertainment-System mit dem Löwe Iconic eingebunden werden kann. Darüber hinaus ist jederzeit eine flexible Erweiterung zu einem Mehrkanal-Heimkino-Setup und Multiroom-Audio- und Videosystem möglich, per Funk verbunden und aus einem Guss mit den Lautsprechern Löwe Klang MR3 und Klang MR5. Das gesamte Löwe-Sortiment ist hierbei in Design, Farbe und Funktion in allen Details perfekt aufeinander abgestimmt, so wie man es von Löwe kennt, schätzt und gewohnt ist. Der Löwe Iconic ist in seiner imposanten Gesamtheit die perfekte Symbiose aus 100 Jahren deutscher Tradition, Innovation, Qualität, Design und Fernsehtechnik. Entdecken und erleben Sie den formvollendeten Löwe Iconic jetzt bei Ihrem Fachhändler und überzeugen Sie sich von der überragenden Bild- und Tonperformance unserer Design-Ikone.